Ja, danke. Und dann einmal zu mir der Blick bitte. Und dann hier das Lächeln ein bisschen. Und Frau Kugel, einfach noch mal hier bitte. Noch einen kleinen Schritt bitte. Und bitte noch einmal den roten Teppchen. Einmal bitte zu mir. Sehr schön. Danke. Nein, Sie waren hier noch einmal. Danke sehr. Schauen Sie kurz. Okay. Und hier das Lächeln. Sehr schön. Dankeschön. Danke. 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 Dann schreib uns mal an. Schreib ich mal. Mach doch mal ein richtiges Foto hier. Sehr schön. Lass mich mal um, bitte. Hier die zwei Damen zusammen. Geh doch mal. Wunderbar. So, ohne Blumenstaust bitte. Und noch mal. Steht doch mal. So, rollst du dich doch mal. Das ist hier auch mal. Wunderbar. Ah, jetzt. Ist schon anstrengend. Ja, hallo. Einmal noch. Genau. Rechts, links, geradeaus gucken. Und zu der Stehen. Und? Ja. Ja. 3, 2, 1 und. Tschüss. Wir haben hier echt alle genug. Wir haben so viele Fotos gerade gemacht. Da muss ich sie alleine nochmal. Ja, jeder einen alleine. Moment. Einmal. Ja, und zu uns gucken. Wie findest du denn hier unseren roten Teppich und unser Krieg hier auf der Bühne? Ja, es war so ein... Schaust du immer nochmal hier mit dem Kleid? Ja. Sehr schön so, oder? Ja. Sehr gern. Darf ich jetzt bei dir nochmal auf dich liefern? Nein, musst du nicht, aber... Muss ich aber. Hältst du mir das Ding mal so schön... Kann ich nicht. Kann für mich? Nein, weil ich das auch nicht möchte. Okay. Halt es einfach zu mir. Okay. Ja, so. So? So ein bisschen. Ein bisschen so. So. Machen wir ein Foto, ne? Schön. Okay, beide mal zusammen, ne mein Schatz? Vielen Dank.